Hallo und schönen Sonntag euch allen. Frohe Ostern. Heute kommt ein Update von mir, wo ich auch zukünftig mehr drauf eingehen möchte, denn ich denke, dieses Unternehmen ist zukunftsmäßig auf jeden Fall auf der Erfolgsspur. Aber eins vorweg, ich habe einen Zweitkanal, ein bisschen Eigenwerbung, da kommt jetzt jeden Tag ein neues Video über Kryptowährungen. Der Kanal von mir heißt AppCap Academy und wer Interesse hat, kann gerne ein Abo dalassen. Aber nun einmal zur BID-Aktie und was gibt es da für Informationen? Und da gibt es Nachrichten, BID-Aktie, kommt nun der Durchbruch? Also die Schlagzeile sagt eigentlich schon alles und zwar geht es hier darum, dass BID möchte ab der zweiten Jahreshälfte die BID-Batterien an die Wettbewerber ausliefern. Und das ist in meinen Augen wirklich ein sehr guter Schritt, denn die Batterie, die BID herstellt, ist auf jeden Fall eine Investition wert. Sie stellen sehr gute Batterien her und möchten eben dies jetzt auch noch an andere Marken, an andere Unternehmen weiterverkaufen. Und da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass hier der Umsatz ordentlich angekurbelt werden kann. Und was gab es sonst noch für eine Nachricht? BID und ALD punkten mit Großorder für Elektrobusse aus Schottland. Und das ist ja, was ich im Prinzip schon vor mehreren Wochen gesagt habe. BID ist meines Erachtens einfach noch ein Plus-Player, so möchte ich es einfach mal erwähnen oder sagen. Denn BID geht halt sehr stark auch auf Nutzfahrzeuge. Und die Busse sind natürlich nur eine Sparte. Hier haben sie auch mittlerweile wirklich sehr, sehr interessante Aufträge. Also dieser Auftrag hier beinhaltet insgesamt 46 BID-ADL-Elektrobusse für Flotten in Schottland. Darunter 24 einstöckige und 22 doppelstöckige Busse. Und das ist natürlich schon ein Riesenauftrag. Es gibt auch noch aus Rumänien Auftrag. Deutsche Bahn hat schon Testbestellungen gemacht und, und, und. Aber es gibt eben auch noch zum Beispiel Betonmischer, Müllabfuhr und so weiter und so weiter. Und alleine die Müllabfuhr meines Erachtens eine Top-Möglichkeit, um hier wirklich den Elektromarkt der Nutzfahrzeuge zu erweitern. Denn das Grundsätzliche bei Elektronutzfahrzeugen ist eben, dass man gewisse Touren vorhersehen kann, planen kann, um eben auch das Laden mit einplanen kann. Und das ist natürlich bei Müllabfuhr, bei Elektrobussen, ja, sehr gut. Denn hier sind halt eben planbare Strecken vorherziehbar. Anders als bei Fernverkehr-LKWs, hier sind sie eben jeden Tag woanders unterwegs. Also BID meines Erachtens ein Top-Player, alleine schon wegen den Nutzfahrzeugen. Und was gab es denn sonst noch für Nachrichten? Es gab zum Beispiel die Nachricht, dass BID eine Kooperation mit Zenmiao-Technologie zusammenarbeitet. Es geht um eine Ride-Hailing-Plattform. Beim Ride-Hailing können die Kunden über eine App, die mitfahrt, in einem Auto buchen. Ähnlich wie bei Taxis wird es dadurch ein Fahrer, durch einen Fahrer bedient und die Abrechnung erfolgt über eine App. Und das Unternehmen Zenmiao Technology gab bekannt, weitere Elektroautos von BID zu erwärmen. Und im Zeitraum von 2021 bis 2023 sollen es insgesamt 5000 Autos sein. Der Vorteil ist hier, die chinesischen Städte investieren eben sehr viel Geld, um die schlechte Luft besser zu machen, sage ich mal. Und geben eben hier auch sehr starke Fördergelder frei. Und natürlich durch diese Verfahren mit Fahrtzentrale und so weiter, das boomt ja eigentlich in jeder großen Stadt. Und dann die nächste Nachricht ist, BID stellt einen neuen Yuan Pro vor. BID ist Elektroauto, könnte auch bald in Europa ein Erfolg werden. Gründe dafür sind natürlich die neue Blade-Technologie, das moderne Design des Wagens und der Preis natürlich. Und ein Beispiel ist BIDs neuer Crossover, der mit einer Blade-Batterie ausgestattet ist. Die Reichweite ist bei 401 Kilometer angegeben. Und das ist der große Vorteil, der Akku kann innerhalb von 30 Minuten auf 30 bis 80 Prozent geladen werden. Und die Preise sagenhafte 15.000 bis 17.000 Euro. Und dann natürlich die neue Ladetechnologie für E-Busse. Da gibt es eine Gleichstrom-Ladetechnik. Dadurch erweitern sich die Ladeoptionen und somit die Flexibilität. Und dann natürlich, was ich gerade schon gesagt habe, der Großauftrag aus Großbritannien. Und hier sind seit der Kooperation 2015 mit ADL mehr als 750 Elektrobusse gebaut worden. Und wenn wir jetzt mal den Chart angucken, er ist jetzt, ich sage jetzt mal, ein langfristiger Chart, sieht man eine enorme Steigerung, ich sage mal bis 16., 17., 18. Februar. Und dann leider eine extreme Korrektur. Warum? Der komplette Elektromarkt ist sehr, sehr schwierig aktuell. Sehr viele Leute nehmen auch sehr viel Geld raus, um in andere Aktien zu investieren. Man muss jetzt hier wirklich abwarten, wie es weiter geht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man steigt ein, wenn der Kurs fällt. Denn dann ist einfach irgendwann wieder die Wahrscheinlichkeit sehr groß, bei diesen Nachrichten, dass sie steigt. Oder man steigt eben im steigenden Trend ein. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Ich bin eigentlich immer so der Fan davon. Ich steige erst in Unternehmen ein, wenn der, oder kaufe nach, wenn der Kurs sich wieder leicht erholt hat und wieder ein steigender Kurs zu sehen ist. Aber bei BID ist es nichts anderes als bei Tesla oder NIO oder, oder, oder. Alle Tech-Unternehmen sind eigentlich sehr stark gefallen die letzten Monate oder letzten Monat. Aber man sieht auch hier, das Handelsvolumen war am 1. April wieder sehr, sehr stark. Ein Plus von 4,8 Prozent gewesen. Denn ich glaube, langsam erholt sich eben wieder die Technologiebranche. Klar, es gibt noch einen Handelsstreit zwischen China und USA. Da muss man natürlich auch ein bisschen drauf achten. Aber grundsätzlich kann man sagen, BID ist eher im chinesischen Raum groß oder macht eher dort die großen Umsätze als außerhalb von Chinas. Klar, möchten sie exportieren. Vor allem auch immer mehr in Richtung Europa, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Und es spricht sich eben mittlerweile auch bei anderen Städten, bei Ländern rum, bei Unternehmen rum, dass BID hier wirklich Qualität zum guten Preis verkauft. Und ich kann immer BID so leicht mit Xiaomi vergleichen. Denn Xiaomi ist ja auch dafür bekannt, dass die Top-Produkte zum günstigen Preis anbietet. Und BID würde ich so das Gleiche sagen, nur eben in der Nutzfahrzeuge- oder Elektrofahrzeugbranche. Und hier muss natürlich noch einiges kommen. Keine Frage, sie stehen noch sehr stark am Anfang. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, die Elektrobusse, die Müllabfuhr, das sind so zwei Themen in meinen Augen, die wirklich sehr, sehr stark das Unternehmen nach vorne treiben können. Und da bin ich mir wirklich sicher, alle, die jetzt noch nicht eingestiegen sind, können hier einsteigen. Ich bin mit einem ganz, ganz kleinen Teil nur dabei. Ich werde aber auch noch versuchen nachzukaufen. Muss mal gucken, welche Aktie ich dafür abstoße, die vielleicht nicht so gut läuft. Aber hier denke ich auf jeden Fall, dass auch in den nächsten paar Monaten auf jeden Fall sogar ein neues Allzeithoch erfolgen kann. Vielen Dank fürs Zusehen. Frohe Ostern noch. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder.